Tja, Rauch! Jetzt bin ich in Belem. Ich treibe mich schon den dritten Tag hier rum. Ich bin jetzt hier unten an den Dokas. Da kann man sich am Hafen hinsetzen. Ausbrauerei ist auch drin. Ansonsten hat die Stadt nicht allzu viel zu bieten. Ich wollte eigentlich zum Vorgehen. Erstmal Geld holen. Und dann mal gucken, was der Tag noch zu bieten hat. Ansonsten bin ich den ganzen Tag rumgelaufen und habe Gastkartuschen gesucht. Aber es scheint hier nicht zu gehen. Zwei Blasen an der Füße habe ich jetzt. Das ist alles. Ansonsten, morgen geht es weiter. Für morgen habe ich ein Ticket für ein Boot nach Manaus. Sechs Nächte, fünf Tage. Soll das angeblich gehen, aber verlassen würde ich mich da nicht. Könnte auch nicht länger werden. So, ansonsten 30 Grad auf die Beene. Und das Bier ist kalt. Was will man mehr? So, jetzt bin ich auf Höhe Markt Vero Peso. Der Markt steppt sieben Tage die Woche der Bär. Und hier fahren noch so kleinere Boote in die Umgebung ab. Mein Boot ist irgendwo von da hinten fahren. Also anderthalb Kilometer weiter. Da brauche ich auch erst morgen Nachmittag um 15 Uhr aufkaufen. Und das Ding leg ich erst 19 Uhr ab. Ich kann noch keinen Kopf machen. Cool. Kampeln wir mal weiter. Gucken wir mal den weiteren Spaß hier an. Und wir vielleicht noch das Vorhafen aufsuchen. Das ist ein alter Hafengebäude. Das Ding ist komplett aus Stahl gebaut. Das ist kein Stück, da innen wahrscheinlich mit Beton, aber außen vor ist alles aus Stahl. Das ist aber nicht von Luft auf Eifel. Das ist nicht von anderer Taster gebaut. So, jetzt gehen wir weiter nach da hinten, wo das alte Vorhafen sein soll. So, wir hier im alten Hafen. Hier liegen die Fischerboote rum. Hier den Fischmarkt beliefern. Ich kriege ein bisschen streng, aber ansonsten geht es. Und ziemlich komische Möwen haben sie hier. Sie sind groß. Jetzt bin ich im Vor, nicht besonders groß. Viel zu sehen gibt es hier auch nicht. Außer ein paar Kanonen. Aber Schatten gibt es. Die Beschreibung, wie immer, alle in Portugiesisch. Und dem bin ich ja nicht so mächtig. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. So, jetzt mal ein Blick vom Vor. Rund auf die Stadt. Oder auf den Hafen, besser gesagt. Vorne das Hafengebäude. Beziehungsweise der Fischmarkt ist es eigentlich. Dahinter der Markt der Ruppeso. Rechts geht es dann in die Stadt hoch. In den Gassen, da hat es noch einen riesen Markt drin. Da kann man auch mal durch. Da gibt es alles, was man braucht und nicht braucht. Jetzt können wir wieder los. Geld holen. Das ist hier auch mal ziemlich spaßig. Weil die meisten Banken nichts rausrücken. Bredesco hat dann endlich mal was rausgerückt. Santander Bank sollte hier sein. Gibt es anscheinend nicht mehr. Eigentlich nicht gefunden. Die anderen Banken schmeißen eine Karte einfach wieder raus. Man kann ja schon froh sein, dass sie sie nicht behalten. Das ist ein bisschen komisches System hier. Die Anreise war auch ein bisschen holprig. Mit einem medizinischen Notfall an Bord. Auf dem Flug nach Lissabon. Zwischenstopp in Toulouse. Dann Lissabon. Von Lissabon nach Belém. Der hatte auch schön Verspätung. Auf dem Flughafen gepennt. Vor Edern mitten in der Nacht um zwei. Als ich mein Fahrrad endlich zusammengebaut hatte. Meine Klamotten sortiert hatte. Und dann morgens um sieben in die Stadt hier gefahren. Und erst mal durch die Stadt geradelt und Geld gesucht. Ein paar Reais hatte ich noch. Aber das war doch schon recht lustig. Dann haben wir dann noch geguckt, dass ich ein Schiff kriege. Aber an dem Dock, am Dock 9. Da fährt bloß eine Linie nach Manaus. Also AR Transport. Nicht ganz so billig, aber am besten Schiff eigentlich. Und gut, jetzt habe ich 300 Reais bezahlt. Das sind so 80 Euro. Nicht mal 80 Euro. Ist aber Essen nicht dabei. Aber Essen kostet immer so zwischen 1,50 Euro ein Frühstück. Also 1,50 Euro. Und 2, 3 Euro Mittagessen. Naja. Will ich mich mal auf der Jagd nach einer Bradesco Bank machen. Um mal ein bisschen Kies zu holen. So, Fahrrad ist fertig geparkt. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zum Hafen. Und da noch ein paar Bier zu trinken. So ist mir das um 12 oder so. Und noch viel Zeit. So, das ist meine Dschunke. Hängemattenplatz haben wir schon gesichert. Fahrrad ist verstaut. Eine Bar haben sie auch an Bord. Die ist oben. Aber erstmal habe ich noch 20 Bier. Muss erstmal heute Abend reichen. Und dann sind wir weiter. Das war jetzt mal noch ein Trip hier raus. Ich hatte eigentlich gedacht, das Ding fährt am Hafen in der Stadt ab. Und dann sagt ihr zu mir, ich muss hier noch 10 Kilometer raus fahren. Und das ist hier in der Ecke. Hier geht normalerweise keine freiwillig hin. Ein bisschen merkwürdig. Aber naja. Ich bin hier. Und das Ding hat nicht mal ein offenes Deck für die Hängematten. Das ist auch noch klimatisiert. Ich hoffe, die drehen das Ding nachher nicht auf. Bis zum Gatno. Ich habe meine Hängematte irgendwo in die Mitte reingeknallt. Weil die Klimaanlagen sind bloß außen. Und dann frierst du da wieder. Dann kriegst du wieder sämtliche Krankheiten. Naja. Ich muss mal ein Bier trinken jetzt. Das hält ja kein Schwein aus. Was macht man den ganzen Tag auf so einem Schiff? Erstmal Amazonas gucken. Das ist auch ziemlich anstrengend. Und ja. Dann kommt mal so irgendwann. Vielleicht ein Hafen. Da legt das Ding an. Das ist immer ganz interessant. Guckt mal ein bisschen rum. Guckt mal ein bisschen raus. Kommt mal Verkäufer an Bord. Kann man was futtern kaufen. Ja und dann ist wieder Amazonas gucken. Ein bisschen links. Ein bisschen rechts. Es geht so den ganzen Tag. Zwischendurch muss man sich mal ausruhen. Da legt man sich mal ganz entspannt. Die enge Matte. Das Ding war auch gepackt voll. Also die hingen ja teilweise schon übereinander. Ja. Und irgendwie kommt dann mal wieder ein Hafen zur Abwechslung. Das Ding. Man guckt mal. Man guckt mal ein bisschen raus. So. Hier wird verkauft und gekauft. Jetzt müssen wir ganz entspannt bleiben. Jo. Dann ist wieder Amazonas gucken. Das macht man ausgiebig. Und dann mal aufs Oberdeck. Ein Bier vertilgen. Und irgendwann gibt es dann was zu essen. Das sieht dann so aus. Es gibt hier Wahlessen. Entweder man isst oder man isst nicht. Also es hat nicht sonderlich viel geschminkt. So. Dann ist wieder Amazonas gucken. Es wird langsam Abend. Das kann man auch vom Oberdeck aus machen. Und sich noch gepflegt ein paar Bier reinhauen. Oder man legt sich gepflegt in die enge Matte. Und vertilgt da noch ein Bierchen. Und vertilgt da noch ein Bierchen. Das funktioniert ganz gut eigentlich. So. So läuft es hier auf dem Schiff. Das sind übrigens die sanitären Einrichtungen. Also da sind die Duschen. Bisschen abgefragt. Aber sauber. Und das wird auch immer sauber gemacht. Und die hängt sogar in den Toiletten. Toilettenpapier. Was man ja gar nicht glaubt. Und da die Waschbäcken. Ging ein. So. Ja und so tuckert der Kahn. Das ist jetzt ein Lastkahn. Das ist die rollende Landstraße von Brasilien. Äh die schwimmende Landstraße. Ja eigentlich. Und so tuckert man von sich hin. Bis man da ist. Wo man hin will. Und so tuckert man von sich hin. In dem Fall war das Manaus. Das hatte ich auch nach 5 Tagen geschafft. 영화 hat aber noch nicht Defence. shipelung aus dem Plan. acordo. Wär bester war dem Ganzen.